Der Sound, sag ich mal in Anführungsstrichen, der wird ja auf die Lautsprecher, also von deinem Headset übertragen. Und eigentlich müsstest du dann im schlimmsten Fall ja so laut Musik hören, dass dein Mikro das wieder aufnimmt. Ich habe jetzt da raus, also runtergetreten. Ich höre euch lauter wie die Musik. Ja, deswegen. Keine Ahnung. Und wie muss man das eigentlich umstellen können, damit es überhaupt nicht mehr trifft? Ich glaube nicht, dass es wirklich hört direkt aus meinen Lautsprechern. Glaub ich auch nicht. Dann müsst ihr euch auch topikieren. Ja, eigentlich schon. Ich glaube, das wird so durchgeschleift. Ich habe auch das Gefühl, dass es über diesen Stereo-Mix irgendetwas beeinflusst. Ich schätze mal einfach, dass bei Discord irgendein Scheiß eingestellt ist bei dir. Oder hat dein Headset eine Extra-Software, sag ich mal? Ich glaube, du hast keine Insta-Software. Ja, du hast keine Ahnung. Hey, du hast keine Ahnung. Frage ihn mal Hätte er auch mitspielen können Hätten wir nicht hier so ein Theater haben müssen mit dem Jungle Das ist doch wahr Ja, wo heißt jetzt Justus Jonas? Ist das nicht der von den 3 Fragezeichen? Ja 3 Fragezeichen Wie hießen denn die anderen? Gut, dass ich den Scheiß nie geguckt habe oder gehört habe Nein, er heißt Justin Ah, okay Oh, Justin, ja Ich bin jetzt also überhaupt nicht auf Top-Lane vorbereitet Es kommt immer so plötzlich Ja, warum haben wir überhaupt freie Wahl? Dann hätten wir halt auch das Problem bei gar nicht Ach, das war freie Wahl Ich habe mich schon gewundert, weil ich habe doch den Jungle ausgewählt im Ranked Welch Endes nachherum Hat halt keiner eine Rolle ausgewählt Ja, sorry Oh Ich habe schon gewonnen Ich habe schon mal einen ADC nehmen wollte Ja Wenn der andere halt erst schreibt Ja, sorry Ich stelle es nachher um Alles gut, alles gut Dann machen wir halt keine freie Wahl Aber es ist ja Ja, aber wir haben doch gerade Achso, nee, das ist ja eh normal, gell? Ja Ja Wir sind zu fort, wir können kein Ranked spielen Wobei, geht das mit Leute? Nee, ich auch nicht Also ich kam bei mir Fehler, wo wir zu viert drin waren Ja, das war mein Fehler Alles gut Ich bin dann nachherum Ja, was für kackt Ja Ich, Animation ist so Einfach so nice Wie die ihren Bogenspannen, den Arm raus tut Wie man dann vom gegnerischen Supporter getroffen wird Ja Ach, der Rumble jungelt Guten Morgen Ja, ich war halt ganz nett am Foren durchlesen Ich habe noch nie so einen passiven Dissing gesehen Nee Könnten uns wahrscheinlich einfach mal klatschen Hm Wobei, könnten sie nicht, weil sie haben es ja versucht, aber anfang Naja Achtung, der Junker kommt Au, das war der Midlaner, das weiß ich jetzt gerade nicht Kann natürlich auch Ich mache halt gar kein Damage 83 A, die... Ja, ey, Late Game war wie ein Late Game Bei mir ist SS Ich warte mal ganz kurz, Alex Ja, ja Mach doch, was du willst Mach ich so oder so? Ja Wer spielt jetzt eigentlich gerade was? Äh, ich spiel ich Ich spiel's sofort Ach sooo Ich glaub das reicht nicht Hättest du doch einfach was gesagt, den hätt ich auch geflasht Schade Ich glaub das reicht, aber der hat noch hier draus geballert Na du hast Flash und die Gneit raus Na du hast Flash und die Gneit raus Ja ich kann nicht zurück Ich spiel die Hase dann Ja, aber ich Ist ja eh ein fairer Kampf One on one Ah, der hat Kaminions in der Überzahl Ohhhh Halt halt Jetzt stupfst Ja jetzt sterb ich Tatsächlich Flash Du hast doch noch Flash, wo ist denn dein Problem? Er hatte keinen mehr Ja Hätt ich gleich zurückgehen können Jetzt kann ich auch nichts kaufen Ah doch, Kaffee Lance, genau Er ist übrigens auch zurückgegangen Ah, der hat aber 10 Lastsits mehr als ich Ja, kei ich ja jetzt dafür Dün 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 Boah das ist süß, süß, ne? Kommst doch irgendwann mal wieder? Ja, die HD ist nicht so schnell So, ahm Jo, danke Justin Heißt du Justin Piebo? Nein Hallo Alex flamet immer alle meine Zuschauer Warum geflamet? Das war ne Frage Jo, also er hat mich mal in den Leak geedit Falls ihr nachher ein Rank machen wollt Ja, mit Justin Bieber? Ja, win Glaubst du der gibt mir ein Prozent von seinem Vermögen ab? Ja hoffentlich Ja jetzt bestimmt nicht mehr Bei mir ist irgendwie dauerhaft gerade SS Ich weiß nicht wo der ist Der steht ewig lang weg Auf Sicht, das ist Bottle kill, Bottle He Für Kicker natürlich weil wir verbraucht es mal Was genau? Die Fähigkeiten Der ist auch AFK, oder? Keine Ahnung, aber jetzt ist es Ich weiß nicht, wer von den beiden jetzt der ADC ist. Na ja, wenn der Rumble halt kommt als Toplaner, weil der Toplaner AFK ist oder so. Jetzt läuft's aber, jetzt kommt's Schlag auf Schlag. Das ist so langweilig. Willst du den ticken, Alex? Oh ja, ich will den ticken. Ach, Rumble ist doch wieder da. Ja, ich hab mal den Tau geholt. Justin, by the way, sag mal, geht das eigentlich vom Ton vom Stream her so? Mit Musik und Spiel und mich und Discord? Oder irgendwas zu laut oder zu leise. Das macht ganz schön schaden, der Lee Sin. Ist ja auch ein DD Lee Sin. Yay! Ich hab Essen! Wuh! Danke, Baby! Boah! Boah! Hey Henelie! Hast du einen Ulti? Jo! Höh! Ne? ich schaue ich mal nach dem spiel wenn irgendjemand einen tp braucht müsst ihr versagen jetzt nicht mehr ich bin schon gestorben kevin dich hätte ich auch nicht gerettet marvin macht da jetzt der randle bei uns und schnell ich habe es geschenkt ich habe es nicht 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 Okay. Gott, wir holen uns den Lichtern. Oh, der ist ein Turm. Oh, der ist gar nichts. was jetzt haben wir fuck oh gut ja man ich hab gedacht wir gehen weg ich dachte ich eigentlich auch ich geh weg schwach leute du musst das auch ansagen alles was sind diese überzahl ich geh doch nicht weg nächstes mal geh ich wieder weg brauche ich Unterstützung nochmal bei Hio in der Mitte in den Tower pushen muss auch ein Pot weiter pushen Alex machst doch eh was der will ne ich hab ja gefragt so hier noch Drake ich hab jetzt Schuhe ich kann machen was ich will ähm also nicht gerade noch eh Drake machen Marble Ja doch, aber was soll ich denn allein da machen? Die Evelynn läuft hin, stellt ein Wort rein und ähm geht wieder Warte ich Sniper den, ne Warte ich Sniper den Asia Ah ne, das langt nicht Aber ich komm da auch Der Asia ist Stroh Ja dann die irgendeinen anderen Deswegen hat Marvel ja auch auf die Base gezählt Naja Ach kommt niemand nach, schade Kann ich übrigens beim Zurückporten nicht fressen Was sind eigentlich die Sinsaufgabe da drin? Ist ja gar nicht der Jungler Ne der war ein Bot Ah der geht nur auf Damage, nix haben wir Er hat sich das Wort Item mal gekauft Kann aber auch sein, dass es mit Nadal klappt Hans ich bin auch da Okay Oieieieiei Rombus beim Ploobuff Mhm Da hab ich nix Hehehe Hehehe Hast du ne Ulti Marvin? Hab ich grad raus für den Rombus Achso, schade Oh da kommen sie wieder alle Da kommt einer Zwei Rombus Hehehe Ja alle war schon ein bisschen Für viel würde ich sagen Aber jetzt kommen sie alle Oh jetzt kommen sie zu euch rüber Ja natürlich In die Mitte Also Ah die hinterlaufen uns Ich bin auch da Gut Pussy Okay Wollt ihr rein? Dann Ulti Lass die mal vorkommen Wenn sie weiter vorkommen Kannst jederzeit entscheiden Wenn du Ulti ist Ich geh rein wenn du da Ulti ist Aber lass die nochmal ein bisschen vorkommen Damit sie nicht so nah am Tower sind Oh ja wenn du Ah Ulti in Asia Step Das war ein Dauerstun Hehehe Ja Ups Foll Der Chinatsoon jetzt? Ne doch nicht U ws Stabuhr Alex Geil Killing Marvin Ja Da machen Ihn killen, habe ich doch gesagt Naja Ja Ich glaube, ich geh jetzt mal weg Oh, langweilig Ich hab 2-2, was soll ich denn machen, hier rumstehen Ja, ich hab's ja doch grad schon gesagt Ihn killen Ja genau Mit Lanetower machen Irgendwas sinnvolles Ihn killen Wie zum Beispiel jetzt, jetzt ist er wahr genug vorne Ja Zu leben Tach Nepp He Kevin komm, ich ulte den Dauert Ja Ja, kommt jetzt eh erst unter diesen Ja, was ein Stunt Kommen wir den Klippen auch noch Ja Wenn ich hinkomme, ja Ja Easy Die Ulti war schon lustig Hehehe 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 Hi Christopher Hehehe Hehehe Ja Hehehe